zu bieten so ich muss ja rein im gleichen danke drunter machen vorsichtshalber in die richtung haben wir noch hallo zambi weg jetzt haben wir erstmal hier einen kleinen wunderschönen gang ich glaube die musik ist ein bisschen zu laut aber nur ein bisschen jetzt machen wir das noch ungeniert zu wie man mich kennt dann habe ich glaube ich auch weil ich nicht 100% sicher bin ob das jetzt so gleich klappt so in der punch me ist voll scheint er scheint irgendwo voll zu sein muss ich gleich mal schauen was da voll ist was hatten wir heute mittag hatten wir das schon mal da ist es halt voll gewesen das ist natürlich ein bisschen blöd gewesen wir hatten schon liebst deutsch die zentos hat doch ich hingebaut gerade hier ist natürlich jetzt die frage so bauen oder nicht weil hier vorne wie gesagt soll glas rein das können wir auch schon mal machen jetzt komme ich doch ich komme noch raus das ist unser auswuchs loch hier wie viel zeichern wir noch davon wir haben da deckweise das heißt wir machen auf jeden fall das hier unten damit zu okay das muss hier wieder so sagen hier machen wir das auch schon mal rein dann haben wir da gleich einen Ausweg aber hier könnten wir zubauen ich hätte den auch ähm aushaubern können sozusagen einbauen ins Haus wäre aber ein bisschen vielleicht ich sag mal vom Aussehen her ein bisschen ekelhaft geworden kann man es fast nennen das wollte ich nicht unbedingt das ist ja zur Anbindung ans Haus ist so jetzt ziehen wir unsere Turbinenblätter hier hoch natürlich schauen wie viele wir haben ich glaube wir kommen damit aus jetzt muss ich halt noch ein paar machen ich glaube das Material ist gar nicht so teuer für die gewesen so ich habe glaube ich kein bisschen Wettstorm haben wir zum Port brauchen wir glaube ich nicht ich lasse das ja gesteuert über ähm die äh Tanks nachher so ich habe gerade ich wollte nichts okay jetzt kommt der ja meistens möchte ich was von uns oh no ich hasse das wenn ich keine Spitzhecke mit hab unbedingt nachher noch eine Spitzhecke aus manuelin bauen oh 14 Stück wird knapp glaube ich ne oder 1 2 ne ich da nicht verrechnet scheint überall äh die drei Blätter drin zu sein wenn er sich gleich schließt haben wir alles richtig gemacht zack ne irgendwas passt nicht irgendwas passt nicht da jetzt ist er zu jetzt ist die Turbine zu alles klar jetzt wäre so jetzt müssen wir gucken die soll mit der Baumfarm angeschlossen werden äh damit die Kohle produzieren so das soll nachher ins Wasserbecken da hole ich jetzt die Tanks für so nicht applied zum 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 Nee, nee. Dann lässt er hier sein Mini-Mi frei und klaut hier einfach. Also. Strom in die Baumfarben. Dann müsst ihr gleich noch das machen. Was rüber soll. Da hinten rein. Das ist da hinten und dann ist Jutt. Dann können wir das M.E. ausschalten. Einmal kurz unten neu aufbauen. Dann machen wir vorher noch ein paar DRIVES. Ah, kann weg. Steine, Wasser-Tanks, Tanks. Dafür. Hatte ich nicht noch. Hier hatte ich auch noch welche hingepackt. Genau das. Das ist hier für das Verkabel. Da kommen noch mehr Kabel dazu. Ah, ich brauche hier Steine, Stormbricks. Habe ich. Der Zombie. Kamen Sie mit? Es ist gerade keine Zeit der Zombie. Möchten Sie denn aushelfen bei uns? Ich weiß nicht, wo er jetzt rumgammelt. So. Jaja, Zombie. Ich habe leider gerade keine Zeit für sie. Ich würde sie natürlich nachher zu einem Gespräch einladen. Aber heute nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Zack. Ich weiß gar nicht, wo die neu geht. Man sieht von der. Von der Farm. Von der Farm. Das Lied jetzt mal zum Singen. Talala. 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 So, Wassertank. Äh, mittig hier runter. Tauchen weißes Sand und so ein Mist. So. Hier noch einen kleinen Rand rum. Ja. Ich will ja nur hier einmal komplett rumziehen. Sodass wir drüben im Boden ein bisschen versunken haben. Damit ein bisschen Speicher übrig bleibt. Für alles andere, was wir noch vorhaben. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was hier alles passieren wird. Vorgehen ist das momentan das Wichtigste. Wir tun natürlich auch ein bisschen viel vorbereiten, was das alles angeht. Ähm. Viel auseinander zu gehen. Probleme zu vermeiden. Damit zum Beispiel nichts überfüllt wird, wie gerade hier. Ah, jetzt geht's wieder, glaub ich, irgendwas ist. Aus dem System rausgegangen. Ich brauche einer, die eine Spitzhacke. Geht ja gar nicht. Achso, das hatte ich dahin geschossen. Ja, ich hätte Feuerwehrdefter mit Gergert. Muss ihn mal wieder ins ME schießen. Weil ich bin zufrieden mit der Porta Lörn. Und ich glaube, dass ich die gefunden habe. Äh. Gucken wir, ob wir noch eine Pick haben. Ja, wir haben noch eine blaue Pickaxe. Die nehme ich auf jeden Fall. Weil ich doch vorsichtshalber unten ein Kabel ankläge. Und hier wie oben einfach alles lösche. Ach, jetzt muss ich hier wieder durchspringen. Traum. Lalala. Der sieht schon mächtig aus. Er ist aber noch nicht groß genug. Also für mich ist er noch nicht groß genug. Von da abgesehen. Äh. Gibt ja noch. Einige Dinge, die extrem groß sind. Für meine Verhältnisse. Äh. So. Hier wollte ich die. Äh. Boiler bauen. Oder baue ich den Reaktor hier? Ähm. Material habe ich glaube ich nicht genug. Gucken, ob wir mit den. Mit den Boilern auskommen. Noch mal ne Facke. Bevor jemand was spawnt, habe ich jetzt gar keine Lust noch. Auf. Du schon mal. Ne. Die Fäulen, die ich habe. Na gut. Und der soll ja nachher. Da stehe ich den. Da stehe ich den. Die Frage an der Decke. Ah. Das ist. Ah. Das ist. Okay. Das gabelt. Das äh. Okay. Das gabelt. Ne. Dann speichere ich nicht so viel Wasser. Dann speichern wir den nur unterirdischen Tank. Mal gleich noch von da. Ist so ein Aquis Accumulator. Packe ich da noch gleich hin. Und den speichere ich dann einfach so. Äh. So halb.